Die Friseurinung kann sich derzeit noch nicht über einen Mangel an Auszubildenden beklagen. Das weiß der neue Kreishandwerksmeister und Friseur Dieter Leibler aus eigener Erfahrung. Anders sähe es etwa im technischen Gewerbe aus. Einen Grund für den Rückgang an Azubis sieht Leitl im demografischen Wandel. Ja, die Jugendlichen werden weniger und der Markt wird nicht größer. Wir kämpfen mit Industrie und anderen Bereichen, wo auch Auszubildende suchen und dadurch wird es immer schwieriger. Und der Akademisierungsgrad ist auch sehr hoch. Viele wollen einfach studieren. Die Schuld dafür gibt Dieter Leibler auch der Politik, die eindeutig die falschen Akzente setzen würde. In seinen Augen sollten die Verantwortlichen die duale Ausbildung mehr unterstützen. Man fördert mit allen möglichen Mitteln die Hochschulen. Wir sind zwischenzeitlich so weit, dass verschiedene Hochschulen Radioerwerbung machen, dass sie Studenten bekommen. Und in den Berufsschulen wird immer mehr gestrichen und reduziert. Kleinklassen werden zusammen reduziert, Bezirksklassen werden gemacht, Landesklassen werden gemacht. Die Jugendlichen müssen dann weitere Wege fahren, was einfach nicht für einen Jugendlichen attraktiv ist. Dabei sei Handwerk auch heute noch innovativ. Wer heute eine Ausbildung im Handwerk machen würde, hätte gute Chancen, so Leible. Irgendwann wird die Problematik sein, dass wir in ein paar Jahren auf dem Sanitärmonterer nicht nur eine Woche warten, sondern vielleicht drei, vier oder fünf Wochen warten müssen, wo ein WC repariert, weil einfach keine sehr guten Mitarbeiter oder guten Mitarbeiter mehr da sind. Im Kreis Reutlingen seien die Zahlen noch relativ stabil. Wie gesagt, noch. Die neue Ausbildungsbroschüre der Kreishandwerkerschaft soll zeigen, wie attraktiv Handwerk sein kann und so mehr Jugendliche in Betriebe bringen. Die ist regional aufgebaut, sehr modern aufgebaut. Wir haben großteils regionales Handwerk hier drin. Es sind 39 Betriebe drin, in neun verschiedene Berufsgruppen. Es sind so aufgebaut, dass es doch sehr jugendlich und modern aufgebaut wurde. Überall stehen die Internetadressen drunter, wo man weitersuchen kann. Es stehen die Ausbildungszeiten drin, wie lange eine Ausbildung dauert. Die Broschüre soll in Schulen und Banken ausliegen, bei der Handwerkskammer erhältlich sein und natürlich auch bei der Kreishandwerkerschaft angefordert werden können. Bis zum nächsten Mal.